So, es kann weitergehen. So, dann gehen wir mal um Plaza und versuchen da mal weiterzukommen. Piazza gehen wir mal. Och, die ist immer zu freundlich. Das war bestimmt der Typ vorhin, den wir gesehen haben im Café, ne? Aber das, ja, war das Café, doch ein Café war das, genau. Café mit Musik und so ein ganz Krams. Aber das heißt, wir müssten da irgendwie rankommen an den. Na, das kann ja was werden. Ich den hier anzapfen. Information an, sagen wir. Okay, dann gehen wir da mal hin. Was ich nicht verstehe, ich habe doch diese Brosche, dass ich die Möglichkeit habe, hier reinzukommen, weil... Ach doch, geht doch. Ich habe einen eccentrischen Poeten, und Reginald hat sicherlich die Bedeutung. Willkommen, Bürger. Hm. So, Spänkels Kaffee Terminal. Ich weiß ja gar nicht, ob das schon reicht, um das irgendwie zu ändern. Ah, hier ist das Launch Music, ist das okay. Wie kann ich das denn ändern? Ich bräuchte theoretisch noch Café-Audio-System. Dann bräuchte ich noch einen zweiten Computer, irgendwas. Ich würde sagen, alles andere ist ja zu weit weg. Ah, sie hört da auch Musik, vielleicht können wir die austauschen. Ja, sehr gut. Das könnte klappen. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das nicht gefällt. Oh, komm mal mit ihm rein. Er denkt echt, wir wollen ein Autogramm von ihm, ja? Ja, ist das jetzt, oder Sonne Mützen? Nein, das ist ich. Graham Grundy. Ah, ja, Grundy. Ich bin, Herr von der Zeit. Wie ist diese Musik? Es ist gar nicht meine Türen, zu ehrlich sein. Ich weiß nicht, es hat einen guter Beat. Ich spreche aus einem inhaltenden Punkt, ich würde das zu uns einfach und darunter. Aber wer bin ich, Jan? Was ist der Beat? Bin ich richtig? Mal gucken, was der uns so erzählt. Oh, bless that loquatious mechanical jewel. I was quite clear that it was to be our secret. Will you be at the gala? I'd like to, but my kudos isn't high enough. Shame. I bring up a proper chuckle, monsieur. But fear not. You can catch it tomorrow when they stream the whole thing. Joy unbound. I'm looking for some inspiration on writing poetry. My dear boy. Please do not mistake these luscious locks for those of creative mules. I just figured you could help me out. Listen. I'll stick to poetry and you stick to whatever it is you do. Could you share some of your inspiration? Afraid not, old chap. My secrets are secure on my tablet and there they shall remain. To be revealed only in the course of my brilliant oration at tonight's gala. I've always wondered, where do you get your ideas from? Oh, there's a quaint little ideas shop down in the Purple Quarter. Really? No, dear boy. I am demonstrating what some of us are blessed to call wit. Can I read some of your poetry? Haha, cheeky. Get me a drink first. Okay. What are you having? Figure of speech, dear boy. No, you can't read my poetry, but you shall hear it later tonight. Can you get me into the aspiration gala? Ja, ha, ha. I'm sorry. I'm serious. So am I. Listen, I understand your disappointment, but you can watch it on your terminals. Don't mind. Despair ye not. Reginald wasn't nearly as cooperative as his brother. I'd need to rely on Tarquin for those gala tickets. I can't believe I'm standing in the presence of THE Reginald Arthur Schnipple. Esquire? Esquire. I was just speaking to your droid, Tarquin. Ha ha! He didn't send you here to steal all my good ideas, did he? What? Of course not. Between you and me, I cannot wait to see what sort of inspiration a droid comes up with. What are you drinking? Ah, my secret vice. Hemingway, Wilde, Yates, Kanye, Schnipple. A burden we all bear. What flavor? Straw bread. Wouldn't you prefer to work somewhere more private? My friend, a flower cannot grow in darkness. The seed of inspiration can only flourish in the light of day. What about potatoes? They grow in the dark. What on earth is a potato? A thing they make french fries out of. Oh, goodness. Next you'll be telling me that ketchup grows on a vine. Ha ha ha! Do you have any tips to help Tarquin with his poems? Ha! What rhymes with hopeless? I don't see how that's going to help anyone. Exactly. What if I told you Tarquin's poem was hilarious? Why, dear boy, do not even joke of such things. This poetry will indeed be highly amusing, though certainly not as a result of any deliberate acts of witticism. Don't let me interrupt the genius at work. Too late! Ha ha ha! Please scan me, Lucha. It's a place in order. Hm, 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 hm. So, somebody near Whiplash. Spangled Café. So. Dieser tragbare E-Reader, wo kann ich den denn am besten hinkopieren? Die muss ja irgendwie so einen Reader klauen, ne? Error. Incompatible Datatype. Error, Incompatible Datatype. Ah, Information ansagen. ... ... ... ... ... Ah, das ist echt Mist, äh, weil... Ich muss ja irgendwie seinen, seinen tragbaren E-Reader auslesen, aber... Okay, machen wir mal was anderes. Lautsprecher. Jetzt zum Beispiel, der hat die Ministration, da könnten wir den, das reinlegen. Warte mal, geht der dann in die Richtung? Ah, sehr gut. Alles ist gut. Bitte, clear die Bereich, Bürger. Ja, ich hab keine Möglichkeit, die irgendwie zu klauen, jaja. Warte mal, Joey. Wir werden mit Joey mal reden, ob der irgendwas speichern kann. Hey, Joey. What? We need inspiration to help Tarquin with his poem. Great. Where can we buy some? Inspiration isn't something you buy, it's intangible. Well, if we can't buy it, can we steal some? What part of intangible are you not getting? Okay, I think Reginald is the key to Tarquin's problem. I agree. Death to all humans! That's not what I meant. Sorry, I extrapolated from incomplete data again. Please continue. Let's steal one of his poems and give it to Tarquin. I'm in. Is Spankles seriously the only drinker around here? Yeah, like where's a guy gotta go to get some high grade synthetic lubricant around these parts? I was thinking of bourbon myself. This place, it's so... Clean? Not what I was gonna say, but yeah. You're welcome. Why should I thank you? I'm a cleaning droid. Yeah, but... You're welcome. Busy around here. Not really. Are you kidding? I can't remember the last time I was around this many people. Oh, people, yeah. I assumed you were talking about droids. What are we doing here again? Helping Tarquin with his poem. Oh, yeah. Where can we get some inspiration for Tarquin? Let's find someone with bags of inspiration. Good start. Then we'll hit them with something and steal it. I don't think that's how it works. How do we steal one of Reggie's poems? Let's hack into his brain and steal all the data. That idea's perfect, except replace the word brain with tablet. Oh, yeah. Your way makes more sense. Tarquin needs a good poem. But the only guy around here with poetry skills is the poet himself. Well, let's hack into his head and take all his data. Humans don't work that way. Can't we just try? Let's move on. Lead the way. We have no tablet. That's my problem. Excuse me. Reggie? Yes. Later, Reggie. See you tonight. Or perhaps not. Okay, we'll run back. Everything is fine. Please clear the area, citizen. Then we'll talk about Tarkin. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Oh, die warten alle hier. Ah, faszinierend. Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? Take me to my apartment. Certainly, Citizen Graham. Tja. Ich glaube nicht, dass es reicht, jetzt einfach mit ihm hier zu sprechen. Got a minute. Is something the matter? Hello again. Good day, Master Grundy. Any more poems? Oh, of course. This poem is an attempt to bring droids and humans closer together. It interlaces the brain-altering ingredients of spankles with the first 100 digits of the square root of two. Sounds like a hit already. Syclimate of sodium. 1.41421. 3562373. Flavorant. Toxicity. Potassium. Benzoate. 0.950488. 0168872. High fructose. I think I get the idea. I think I get the idea. But there are 13 more verses. Oh, Foster. Let him finish. It's got something for everybody. 4209-698. Monosodium! Save it for the gala. Don't want to spoil the show now, do you? Any more poems? One has decided to continue working on the fart poem. But do let one... I'll keep my eyes open. Still working on finding that inspiration. Glad to hear it. Unrelated question. Any idea where I might find Reginald? Well, he is likely in the piazza, finalizing his humorous... Great. Okay, also... Have a good day. Mr. Grunn, stay. Excuse me, sir. We need to go back to the piazza. We need to go back to the piazza. We need to go back to the piazza. Alright. Uh. We need to go back to the piazza. He said hello. acje1. Ife, as you don't want to move, do you think of usMcNicka areas in the Pop? Versuchen. Vielleicht die Werbeschilder mit zu nutzen oder so. Ja, wir müssen ein bisschen kreativer sein. Ah, das ist so. Das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen, weil wir müssen in Piazza irgendwie dem Typen da die Notizen klauen und wir müssen irgendeine Verbindung finden. So eine richtige Idee habe ich bis jetzt noch nicht, aber probieren es einfach nochmal. Kann dir ja nicht schaden. Versuch, mach klug, sagt man aber so schön. Ja, das ist die Holo-Werbung. Okay, so, die sind ja schon mal hier komplett, also das ist ja Ministerationsinformation. Hologramm, okay. Hier ist ja wieder Holo-Werbung. Da könnten wir Ministerationsinformationen, hier könnten wir quasi das Gedicht drin speichern. Aber ich bräuchte auch irgendwie einen Roboter, der in die Richtung geht. Zitadellen, Holo-Datei. Hier ist die Holo-Werbung. So, wenn wir mal gucken. Hier ist das private Gedicht. Und das müssen wir irgendwie, an wie zu einem Gala-Gedicht, das müssen wir irgendwie klauen. Ich frag mich halt nur wie. Hier könnte man das theoretisch speichern. Tja. Tja. Mir fehlt so ein bisschen die Idee, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt ärgerlich, muss ich sagen. Hier mal weg, weil es so ziemlich laut. Okay, dann schauen wir nochmal, ob ich da noch was finde. Es war blöd, dass ich jetzt im Internet nochmal nach einer Lösung gucken muss, aber es geht halt nicht anders. Ich hab echt keine Idee, was ich machen könnte. Das haben wir gemacht. Oh, Favourite Red. Okay. Machen wir das nochmal. Dann gehen wir nochmal ins Café und beeinflussen nochmal den Kaffeeautomat. Genau. Dann nehmen wir nochmal hier... Machen wir mal so. Wenden wir das nochmal an. Spänkels Kaffee, Favourite. So, die Musik, das haben wir geändert. Die Kaffeeautomat hat der leften Seite. Und sie kam auch gehackt. Spänkel Kaffee Terminal. Okay. Oben ist Alarm. Okay. Alarm ist rot. Getränk bestellen. So, geht auch nicht. Wo kann ich die jetzt nicht austauschen? Das verstehe ich nicht. Geschmack anpassen. So. Okay. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, jetzt hat er Und jetzt laufen wir da mal in der Ambitionsgedicht Ah, der fährt aber fliegt dann mal so weit weg, das geht mir auf den Sack Everything is fine, please clear the area citizen Okay Ambitionsgedicht In die Holo-Werbung können wir das stecken Was war das jetzt hier nochmal? Anwenden Jetzt könnte ich das Von dem einen Holodeck aufs andere schicken Aber wie kann ich es denn transportieren, ist ja noch die Frage So Spankleautomat Hallo Werbung Glon Unlock your piping with Latsy bleach Unlock your piping with Latsy bleach Hmm Hey Joey Let's move on Ja, das war nochmal Tipps anzeigen So, wer haben wir nicht Den Hofdichter steht, er scheint die Musik zu genießen Wenn es einen Weg gäbe, sie zu manipulieren, verlässt er vielleicht den VIP-Bereich, das haben wir ja gemacht Nächster Hinweis fällt in 16, 15 Minuten Wir haben es sogar geschafft, ihm das Gedicht zu klauen, aber das ist jetzt in diesem Hologramm drin 6 5 4 Gucken, was der nächste Tipp sagt So Haki die Joke-Bereich herauszulocken Das haben wir gemacht Ist echt blöd, dass die Hinweise so lange dauern, ne Wann okay Jetzt haben wir noch 10 Sekunden Den nächsten Hinweis Vielleicht kannst du ein Tablet hacken Nun hat er den Raum verlassen Kannst du die Daten in etwas anderes transportieren Das haben wir ja gemacht Wir haben die jetzt ja an so einem Holodeck drin Aber was wir brauchen ist ja was Ja, irgendwas transportables Gucken, was der nächste Tipp ist Der Ansageroboter könnte die Daten speichern, aber du musst ihn irgendwie herbeirufen Und sie dann auch wieder von ihm runterbekommen Das haben wir ja auch gemacht Also wir haben die jetzt in so einem Werbeschild drin Nächster Tipp 2 1 Der Ansageroboter reagiert auf Alarme und die Station Ambitionsbroschen anpasst Könnte eine gute Möglichkeit darstellen, die Daten wieder aus ihm herauszubekommen Der Ansageroboter reagiert auf Alarme, das haben wir ja gemacht Um die Station, die Ambitionsbroschen anpasst Könnte eine gute Möglichkeit darstellen, die Daten wieder aus ihm herauszubekommen Okay Hacke das Kaffeesystem, um einen Alarm auszulösen Wenn Spenkel bestellt, höre sie einen Alarm aus und hacke eines der Gedichte auf den Roboter Folge dem Roboter dann bis er nahe der Ambitionsbroschenstation ist Hacke die Daten auf die Station und lass zu guter Letzt deine Ambitionsbrosche anpassen Ach, alles klar, alles klar, wir haben's Okay Jetzt müssen wir natürlich das Gedicht Auf den Roboter lahmen Jo, wenn wir auf anwenden Jetzt müssen wir irgendwie zur Station, wo man die Broschen ansprechen kann Okay, dann müssen wir warten, bis er zurückkommt Ich hoffe, der kommt gleich wieder zurück Ah, da hinten kommt er Ja, komm, 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 putt, 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 putt Noch nicht nah genug Alles klar, super Jetzt haben wir das hier Gehen wir auf anwenden Dann was, okay Okay, super, haben wir Citadelle Citadelle So, das heißt, wir können zu Tarkin wieder zurück und sagen, er soll uns doch bitte zu der Gala eine Anladung geben Ja, irgendwie so wird das laufen Oh, ein Kampf So, das ist Graham's sause, ne? Ab nach Hause und Tarkin die Gedichte übertragen Und dann können wir auch zur Gala Das ist doch schon mal ein Fortschritt Warte mal, machen wir mal anders Oh, wir geben ihm das über das Inventar Oh, wir geben ihm das über das Inventar Oh, der Spärmter war Oh, der Spärmter war Wenn der wüsste, wo das herkam I don't want to find out which emotions Thank you, sir Now, may one bestow upon sir a token of gratitude If by that you mean hand me a ticket to the gala Then yes One does indeed Thank you, Tarkin And best of luck at the performance No, sir No, sir Thank you This will be a night to remember Oh, there is one small issue, sir Oh, no What's that? I do believe your attire is somewhat inadequate for the soiree this eve Perhaps I can find something for you That'd be most appreciated Excuse me, sir Partykleidung So sollte es, äh, funktionieren Fucking sharp, Rob Den können wir jetzt ja an den Flitzer steigen und dann nochmal hin Düsen und dann Gucken wir mal So, da alles so aufdecken Aber wir haben immer noch nicht Milo, also Das wird unser Endziel sein, den zu bekommen Also, äh, zu befreien, aber Irgendwie Oh Oh, der ist aber zu mir sauer Oh, der ist aber zu mir sauer Alter, ist sie sauer Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall muss es unser Ziel sein, Milo zu retten Und, äh, das ist aber, kommt aber irgendwie anscheinend wohl erst am Ende Junggala Isn't it wonderful? It really is I've worked so hard for this moment Do not ruin it for me Will be our best behavior As I stare at the opulence of this aspiration gala extravaganza, my eye was caught by a movement on a walkway These had to be the people that I was looking for, the people who would lead me to Milo I had to find a way to get up to that walkway and find out where they were going Oh, okay Oh, okay Good evening I've a ticket for the aspiration gala Alter, schmiert die da rum, ey Oh, da hat's immer noch mal Glück gehabt Ich vermute mal, wir kommen nicht so einfach ran Hey, Raquel, good to see you Sir, and you are... Graham Grundy, remember? Have we met before, sir? It was odd She really didn't recognize me Well, sure, at the apartments You nearly fell No, I'd definitely remember something like that, don't you think? Anyway, I see you've got your ticket, but... But? This is a general entry ticket, not a VIP ticket I'm afraid that you don't have access to this area I'm so sorry Enjoy the rest of the gala I had no need to enter the VIP section I was here for the secret meeting Okay, welcome, okay Thank you I purchased it It's a super gusty I didn't get away Follow- souvent تربيع Hey, it's a crazy una Ni Just loves Ciao Bye arda Gucken wir mal bei irgendwem Treffen. Ja, ist schön ärgerlich, ne? Das ist meine komische, schleimige, möchtegernfrau da oben hoch konnte und mich haben sie nicht reingelassen. Mal gucken, was wir noch als Tipp, als Hinweise bekommen. Ich bemerke eine Geheimnis, die einem Laufgang entlang ging, okay. Der Laufgang führt vom Kontrollraum weg, geht zum Aufzug und versuche ihn zu benutzen. Okay, Aufzug. Ah, Aufzug ist ein gutes Stichwort. Ich bin sehr entschuldig, Mentor Alonso. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin sehr entschuldig, Astrid. Ich bin sehr entschuldig. Das ist die Gala Aspiration Gala, nachher alles. Ja, Herr, natürlich. Und du sagst, du glaubst, dass du, dass der Feuerwerkprojektor mit dem... ...vergängert wurde? Ich bin nicht ganz sicher, aber es funktioniert perfekt während des Rehearsals. Alter, das ist doch echt ein Arschloch, der Typ. Oh. Oh. What a pleasant surprise. Of course, Aspiration Day always does deliver surprises. Es ist alles über die du wissen, ist es? Indeed. Ich würde sehr interessiert werden, zu finden mehr über die du genau wissen kannst. Ich habe gefragt, ob du siehst, ob du irgendein Arschloch verletzt hast. Odd? Suspicious how? Du bist, wie? Never mind. Sorry to have bothered you. No bother, Mr. Grundy. Aber ich muss warnen Sie, wenn du irgendein Arschloch verletzt hast, du musst report es zu den Relevanten Autoren. Immediately. Entschuldigung, Mentor Alonso. Was er gesagt? Is Officer Arana coming tonight? Why do you ask? Are you in need of well-being support? He loves her. No, no. I just assumed she'd be here. Well, as a matter of fact, she was here a moment ago. You must have just missed her. Where did she go? I have no idea. A busy little bee, that one. So, what are you doing here, Alonso? I'm here to supervise everyone's well-being. Like Officer Arana? Officer Arana was in charge of the preparations. I'm here to make sure the event itself runs smoothly. Sounds like a tough gig. It won't be. Things never go wrong in Union City. That girl who was at my apartment building this morning? She's acting a little strange. Strange how? She seemed to have totally forgotten we met. Does she seem unwell? Troubled? Well, no, but... Then I don't see the problem, Mr. Grundy. Everything looks perfectly in order to me. Right. Enjoying the party? The aspiration gala never fails to put a smile on my face. And I look forward to Reginald's poetic display with unlimited pleasure. His past efforts have always been so amusing. How's it all going, Alonso? Smooth sailing, as expected. Let's keep it that way, yes? I'll see you around. Do keep a smile on your face, Mr. Grundy. How are we going to get up there? The mysterious figure had gotten upstairs somehow. I was sure that if I could get past the technician and snoop around, I could give chase. Hmm. It was a hand scanner. What was is actually the origin of that was? Oh, let's move on. Let's move on. Let's move on. What was was that? Hallo? Ist alles okay da unten? Komm schnell, die Feuerwerke sind verrückt. Sie sieht perfekt gut aus hier. Wie funktioniert das Elevator? Wie ein Elevator? Aber es ist nur Staff, nicht für die Partei. Ich muss auf die Kontrolle. Nuh-uh, nur für die Einwohner. Es ist eine Angelegenheit. Es gibt noch nicht eine Toilette hier. Kann ich sehen, die Kontrolle? Kanapes, da unten, Sir. Kann ich mich da unten? Entschuldigung, Sir, nur Staff. Kann ich den Elevator runter? Nicht, dass ich da unten. Und ich muss mich auf die Dinge hier halten. Was ist mit den Feuerwerken passiert? Sie und ich haben eine sehr andere Idee von falsch. Sie arbeiten gut. Was ist mit den Feuerwerken passiert? Sie und ich haben eine sehr andere Idee von falsch. Sie arbeiten gut. Dann müssen wir irgendwie das Feuerwerk manipulieren. Das ist alles. Bis dann. Anders kommen wir ja nicht vorbei. Wollen wir mal gucken. Feuerwerk. Wenn die Feuerwerken passiert, dann können wir sie ausführen. vielleicht kann ich sie ausführen. Ich will sie rausziehen. Das ist jetzt normal. Irgendwo was finden, wo wir was manipulieren können. Für die Holo Werbung. Das können wir ja auch nicht tauschen. Müssen sie das tauschen. Holo Werbung. Projektionsroboter. Ah, alles klar. Feuerwerk, dann nehmen wir doch mal. Ich fahr schon und lässt es doch mal aus. Mal gucken. Ob das funktioniert. So, das Feuerwerk ist aus, ne? Also ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Boah, das ist manchmal so nervig mit der Steuerung. Ah, schon wieder. Jetzt geht's, ne. Weil er hier irgendwie mal Zwischenfunk. Ich will mit Rachel reden hier. Aber du hast keine V.I.P. Ticket. Ich kann dich einfach mal in. Du solltest das für das nächste Jahr, doch. Oh, wirklich? Aber ich hatte das ganze Poetrie. Oh, du kannst noch die Poetrie, nicht wahr? Und es wird nicht starten für ein bisschen Zeit. Ich kann es warten. Ich liebe Poetrie. Du magst den Reflexion Center? Wie wirst du wissen, dass ich nach Reflexions ging? Ich sehe dich da, von Orana. Orana? Meine Freundin, der Wellbeing Officer. Ja, das ist sie. Also, es war gut als immer. Euphorisch, sogar. Ich arbeite. Ich arbeite. Das ist mein Job. Ich arbeite. Es ist hart. Es ist hart. So far, der einzige Person, der versucht zu enteren, ohne eine V.I.P. Ticket, ist du. Du bist immer ein V.I.P. zu mir, Foster. Was genau passiert ist in Reflexions? Was? Du hast niemals been? Never. Das scheint mir meine Art. Du musst es machen. Du musst es machen. Es ist eine Unforgettable Erfahrung. Und was genau das ist die Erfahrung? Oh, eine Überwählungung der Wellbeing. Just Supreme Happiness. Eine neue Perspektive. Es ist so sehr Therapeutisch. Das ist unglaublich. Wir müssen uns nachdenken. Wir müssen uns nachdenken. Wir haben keine Zeit für das, Joey. Du kennst die Techniker upstairs? Oh. Du meinst Astrid? Mit ein schönes Gesicht. Wir haben noch nie gesprochen. Also, nein. So, du wirst nicht wissen, wie sie nachdenken? Sie ist ziemlich auf die Arbeit. Unless etwas passiert, mit den Feuerwerkern, sie wird dort all die Nacht. Also, du denkst nicht Astrid will be leaving that room any time soon? Sie müssen auf dem dieser ganzen Feuerwerk display, so ich wundere es. Diese Dinge können sehr gefährlich sein. Die Feuerwerkern sehen nicht real. Sie sind sicher, dass du mich nicht erinnerst? Woher würde ich dich wissen? Du schaust das auf meinem Wohnzimmer und legst das ganze in Lockdown für über eine Stunde. Du denkst, dass ich das erinnerst? Du musst mich erinnern, für jemanden. Was ist dein Job hier? Wie sieht es? Es macht einen Veränderung aus dem Erinnerung. Sie wurde bestimmt manipuliert, vermutlich mal. Sie wurde bestimmt Ich bin nicht sicher, wie es funktioniert. Du hast mich für 10 Jahre vergessen, Foster. Bis zum nächsten Mal. Spaß mit der Party. Was ist es jetzt? Was ist mit den Feuerwerken falsch? Aber das Feuerwerk ist doch aus, oder habe ich was am Helm? Wenn ich mal gucke. Okay. Das sind alles Häppchen, Sandwiches. Ich hoffe, dass dieser Willkommen schützt. behauptet, als der letzte, ich gesehen habe. muss ich mal gucken, wo der Projektionsroboter war. Feuerwerk, Feuerwerk. Feuerwerk, Feuerwerk. Mit dem Tor kann ich nichts machen. Mit dem Tor kann ich nichts machen. Und da kommen wir. Ah, da können wir nochmal runter. Genau. Und da müsste der Projektionsroboter sein. Das ist die Werbung. Das ist der Roboter. Aber wir haben jetzt nur Projektionsroboter in Ambitionstag. Feuerwerk. Feuerwerk. Und die Schau. Ist das dasselbe eigentlich hier? Ja. So, dann gucken wir nochmal nach dem Hinweis, was uns gesagt wird. Nächster Hinweis verfügbar in 0. Ach herrlich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Alonso ist ein eigentumiger Gast. Gibt es eine Möglichkeit, ihnen eine Werbung zu bringen? Naja, das ist natürlich. Hm. Gute Frage. Aber man kriegt ja einen kompletten Hinweis, weil man ein bisschen geduldiger ist. Warte da unten. Vielleicht könntest du einen Alarm auslösen, um Alonso's Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, das wäre auch schön. Naja, das haben sie ganz gut gemacht, ne. Entweder man wartet, oder man kriegt es halt selber raus. Hacke den Spankels Automaten, damit ein Gaschen Alarm auslöst. Ah, alles klar. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Gucken, wo der war, der Spankels Automat. Ach, da ist er. Ja, das war. Nicht, als es ist's. Ja. Nicht, als es ist, nicht gewaltt. Aber es ist gut, es ist gut, aber ich würde mich nicht zu sein. Ich versuche etwas, Ich versuche... jetzt jemand vorbeikommt und den mal benutzt die wunderschöne der mit den exakt wie support erst für spänkels das das müsste es gehen warte mal ob ein ob der nächste dann am automaten geht oh ja funktioniert fasziniert fasziniert ein intercom system connected to the control room something is gone wrong with the fireworks das haben wir jetzt gemacht okay dann hätte ich ja auch warten können ich habe gedacht ich setze das mal um jetzt müsste ich ja theoretisch wieder auf die ganze hinweise warten und so ist medien feuerwerks projekte übertragen ach okay das heißt ich könnte müsste along so irgendwo hin locken das habe ich ja gemacht mit dem automaten es bringt der hex kümmert sich ja langsam um den gast in dieser zeit hast du zugang zu einem schick zu sein schädlich verschiebe sie durch holowärmung und in dem projektor okay sehr gut machen wir das doch mal da ist er okay dann muss er nochmal den automaten hacken jetzt löst wieder einer alarm aus sehr gut wo bleibt er denn hier unser alonso ach da kommt er ja schon er kommt aber gemütlich angelaufen dafür dass es alarm gibt werbung für bürger auch holowärmung ach so funktioniert das also wir laden das einmal ins schild und können dann quasi den projektionsroboter dann damit füttern ne das hat nicht hingehauen ok dann wenden wir das mal an schädlich spahnung schädlich spahnung ich hoffe dass das reicht aber nicht schädlich spahnung spahnung projektionsroboter immer gespannt sehr gut Sieht zwar nicht schlecht aus, aber mögen sie das auf jeden Fall nicht So, dann gucken wir mal, dass wir dann in den Fahrstuhl nach oben kommen Die Ablenkung ist uns gelungen Ja, dann müsste das gute alte Brecheisen funktionieren, ne? Ja, sehr gut All right, wir gehen durch den Vent Okay, before beauty If you say so Oh, man Forgot how old this shell was Okay, move Can't say I'm not a droid of my word Das hat aber gedauert eben, das war ganz komisch mit der Grafik Well, danke Joey Gucken, wer das da ist Oh Also nach oben scheint es ja irgendwie hier nicht lang zu gehen Hoffen wir hier lang Ja, ich würde auch sagen Gucken wir uns den Vortrag nicht unbedingt an Man könnte ruhig ein bisschen schneller laufen, finde ich Alter, wie weit muss der denn laufen, ne? Strickleiter haben die sich gebaut, okay Jetzt sind wir in einer Unterwelt Und schnell kann man von der Oberwelt in die Unterwelt Shut up, Joey And keep an eye out That vehicle It's the same as the one that stole Milo Guess that means we're in the right place Foster, look out! Arana? You Arana, stop Yeah, Arana, stop I'm not who you think I am I know you're not Graham Grunty You've been lying to me since the moment we met What the hell have you done with the real Graham? And who the hell are you? My real name is Robert! Oh Was ist das denn? Ich dachte, die gibt's nicht mehr Ja Arana dear, bitte You can stop But His mother and I were at school together You can trust him, I promise Can someone please explain what the hell is going on? My name is Robert Foster I've come from the Gap A few days ago, one of those vehicles Attack my village The androids were armed We couldn't stop them They took my friend, Milo He's just a kid This is just awful I needed Graham's ID to get into the city But I promise you, I didn't hurt him He was dead when I found him The poor boy I told him not to try anything stupid This is all my fault Arana dear, don't be hard on yourself Graham knew what he was doing So you were both friends with Graham? I didn't think he had any friends Friends, allies, whatever you want to call it Graham was working at the land train entrance When he saw one of these things coming into the city These things? You mean the stalkers? I thought they were called creepers We call them walkers Whatever they're called Here comes another one The girl in the stalker Oh I recognized her Is that the hackerin, the they Entführt have Amber Oder gehört sie dazu Graham was right Those things are carrying children Whatever they're doing to them It's inside that building Then that's where I'll find Milo Now then I must get back to the gala I fear my absence from the festivities May already be apparent You two Find out where they're taking those children Two? You mean three, don't you? That's my plan Lovely to see you again, Robert You too, Ms. Pyramat Oh, and Arana? Yes? Trust him He's from good stock That elevator transported the stalker into the building We need to find a way to get it working What if another one of those big beasts shows up? Okay, I'll keep watch Reckon you and your sidekick can figure it out Huh We got this far She was talking to me, Rob Hmm Fucking all Can you see a button anywhere? I don't think this place was designed for visitors Foster I have auto-linked to the system Perhaps Come on, there's no way You were saying Hey, Arana We found a way Oh Joey Ach du Scheiße Ich konnte aber nix steuern, also Du hast ziemlich geholfen da. Don't worry, everything's going to be all right. Joey, it's so good to see you again. I should have come back earlier. Hey, it's no problem. Could have helped you. No need, old friend. The Council have everything under control. But that's just it. The Council. You have to stop them, they're... Shh, calm now. Oh, plenty of time to talk when you're better. Need to get you fixed first. You shouldn't just repair it. Is that a computer? What do you mean? Just relax, old friend. Soon have that smile back on your face. This doesn't make any sense. Guess I got what it takes. These doors just open for me. Joey, get back! Huh? Don't shoot! Confirmed. Welcome to Level 4, UG. That went well. I'll say. Are we... Allowed to be here? I just got it. The system is finally recognizing me for who I truly am. Shall we? Oh, okay. Great! That means you can disable that android? If this shell had any sort of weapon, it would be a whole lot easier. But I'll give it a go. Wait right here. Right here. Brilliant. This is my time to shine. That android is heading for a fall. Turn around to the wall. You're the master man. Wir müssen den Androiden loswerden, aber wo ist denn der? All diese Kinder, sieht aus wie sie schlafen. Alter, werden die entführt und dann wahrscheinlich zur Organspende genutzt, ne? Selber Scheiß. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo der Androide ist, den ich loswerden soll. Drei, da waren wir schon drin. Dann gehen wir mal die Treppe hoch hier. Okay. 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 Ich kam hier schneller. Er braucht meine Hilfe. Okay, ja. Tom schon. Das kann ich dann... Das kann ich mit denen machen, wenn ich jetzt auf 1 gehe. Gehen wir mal in Raum 2. 3. Robert, Level 1, Ember. Sind hier kein Milo oder so? Ah, das ist ja derselbe. Milo, das ist das Kind, das Foster all diesen Weg zu retten. Aufgabe eingereiht. Okay, der ist in 5. Gehen wir mal hin. Die Foster will know what to do. Whatever this is, it isn't right. So this is Milo. Poor kid. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Aufgabe eingereiht. Wir müssen uns mal anschauen, was wir überhaupt machen müssen. Gehen wir mal hin. Wir brauchen noch mal einen Tipp. Hinweise. Wie lenke ich den patrouillenden androiden ab? Die Stühle verfügen bei einer elektrischen Kraftfeld, das einen Knopf bestützt. würdest du diesen knopf nicht zu gerne drücken ich finde gar kein androiden ich finde nur diesen typen der da rumläuft und das ist ja angeblich foster warten wir mal ab was als nächstes für ein hinweis kommt die konsole im raubraum kann leere stühle abschalten aber der androide kehrt zu der konsole zurück und mit strom wieder einzuschalten versuche die stühle zu untersuchen während der strom noch aus ist ok nutze wenn der androide einen raum betritt die konsole um einen leeren stuhl mit einem am weitesten entfernten raum abzuschalten eile zu diesem stuhl und drücke den knopf du hast nicht viel zeit wir können zwar probieren gucken wenn der androide gucken wo der hingeht wenn der in raum 4 geht kann ich ja in raum 5 zum beispiel ausschalten raum 4 ist er jetzt geht da rein dann nehmen wir mal das sind vier nehmen wir mal eins und schalten raum 1 schauen uns die stühle an dann 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 Looks like they're sleeping. Foster will know what to do. Foster will know what to do. Geht in die 5. Nehmen wir mal die 3. Abgeschaltet, 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 abgeschaltet. Aber man kann nicht alle abschalten. Geht in die 5. Foster will know what to do. Foster will know what to do. What a waste of electricity. Wenn er jetzt in die 1 geht. Ich glaube wir nehmen mal die Maus. Erst in die 1, dann gehen wir mal in die 4. Wir haben nicht lange Zeit, viel Zeit, ne? Da ist das immer. What a waste of electricity. All these children. Looks like they're sleeping. Foster will know what to do. Foster will know what to do. So, das haben wir ja. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal einen Hinweis nochmal an. Nutze, wenn du andere in den Raum bitte die Konsole, um einen leeren Stuhl in einem weitesten entfernten Raum abzuschalten. Da muss noch ein Knopf sein. Okay. Also immer den leeren Stuhl soll ich abschalten, ja? Okay, ja, alles klar. Und am leeren Stuhl muss ein Knopf sein. Schauen wir mal. Geht jetzt in die 2. Dann können wir ja mal in die 5 gehen. So. Ja. Was ein Waste von Elektrizität. Aber wo ist da der Knopf? Ich soll doch dern Knopf drücken. Was ein Waste der Elektrizität. Kein Knopf. Könnt ihr hier nochmal gucken, leerer Stuhl. So, das ist Milo. Poor Kid. Wo ist da der Knopf? Also ein 5 ist kein Knopf. Könnt ihr aber woanders nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja Raum 1 am Grundknopf. Und jetzt in Raum 3. What a waste of electricity. Must be an important girl. Her and Foster have the place to themselves. Foster, engage your wake-up protocols. What a waste of electricity. Okay, da ist Forster. Forster sind drei. Okay. Robot. Das ist noch nicht so eingehend. Das heißt, wir müssen noch mal weiter gucken. So, was haben wir? Okay, Klammer, blablabla. So, ach, hier können wir jetzt markieren. Mal die Lösung angucken, was wir da so machen können. So, was haben wir denn hier? Foss und Ember sind im Raum 3. Okay. Okay. Also hinter dem Stuhl. Das muss man erst mal... Ist klar. Muss man erst mal drauf kommen, dass man da hinter den Stuhl kann. Na, nehmen wir ruhig mal die 3. Warum kann ich die 3 jetzt schon wieder nicht nehmen? Ärgerlich. Manchmal gibt es mit der Steuer ein bisschen Probleme. So, wir nehmen mal den inner 3. Den links. Okay. Okay. So. Ist klar, da muss man erst mal drauf kommen, dass man mit den Roboter da, sag ich mal, ähm, dann auch hier so lang fliegen kann. Und wenn er jetzt kommt, können wir ihn dann übers Geländer stürzen. Jetzt kommt nach oben an. So, kaputt ist vorhin. Also, das ist ja genau so, wie es ist, man soll, wie es ist. So, wenn wir das mal drauf schauen. So, wenn wir das mal wieder reden können, ist das mal, wie es nicht passiert. So, wenn wir das mal raus, kennenlernen. So, wenn wir das mal in Lebensrunde kommen, ist das mal wieder drin. So, wenn wir die Halsen finden, wie es passiert, dann machen wir es. So, wenn das mal aus. So, es möchte michάλos damit nach unten nehmen. So, es gibt es jetzt mal nach oben. Jetzt können wir ihnen Schubs geben. Prima. Jetzt können wir nach oben und hier sagen, dass der Androide weg ist. Ah, sie kommt auch schon runter. Weil sie das ja von da oben sehen kann. Ohne Worte. Es war ein Tragik accident. Ich habe Foster gefunden. Er ist in Room 3. Er ist nur durch die Tür. Er ist in eine Art Maschine. Das kann nicht gut sein. Los geht's. Oh, üble Träume, muss ich sagen. Ich bin ein Tragik. Ich bin ein Tragik. Ich bin ein Tragik. Ich hoffe, die können ihn jetzt wecken. Ich bin ein Tragik. 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 Sie ist. Sie schreit wie ein Kind. Was die... Ich bin ein Tragik. Ich bin ein Tragik. Wir werden dich raus. Was ist dein Name? Em... Ember. Wo ist Pixel? In Vauxhall? Hey, ich weiß diesen Tragik. Von außen. Was? Ich bin ein Tragik. Chirlau. Ich bin ein Tragik. Joey. Auf der Weg hier. Ich habe andere Joey. Du willst, Joey der Saviour? Aber er hat vorhin schon clear. Ja, aber er ist zurück. Und irgendwie involviert. Nein, Foster. Er wäre nicht. Wir müssen ihn finden. Er erzählen ihm. Er erzählen ihm was wirklich passiert. Vielleicht er kann er helfen. Ja. Me und ihn zusammen. Wir haben einen Träumen. Okay. Okay. Milo findet er da. Obwohl es ja nicht nur Milo. No, wait, Foster! It's Milo. I have to get him out of this. These chairs, they're connected deep into their brains. We can't just rip them out. It could be fatal. But it needs to stop. Shut it down, Joey. It's okay, Foster. We've triggered the abort sequence. They'll all get better, I'm sure. It might just take... time. How long? Days. Maybe weeks. Meanwhile, we've got a bigger problem. We do? How do we get all these kids out of here, under the radar? They've all been U-chipped. System will flag them the second they walk out of this place. It's a U-chip problem, yeah? One of the problems, sure. Leet had a plan. A way of getting a kid out of the city. Something about Kudos. His plan better be good. We've got a truckload of kids here. Kids he'll actualize it. I have to speak to Leet before he tries to leave the city. How do I even get out of this place? That's where Joey comes in. I do. I mean, yeah, I do. Somehow, he's been able to open every door in this place. Joey! You've got superpowers! I always knew I was special, ever since I was a young droid, helping Foster. Listen, getting the children out of these labs is one thing, but out of the city... I think I know how to do that. Helicopter? No, Joey. The land train entrance at the city walls. Are you sure about that? It's our only option. With Ember's help, and Danielle's, leave it with us. So, I'm going with Foster, Arana? You're coming with me, Joey. The Cap Chaps are back in business! Wait! I need Joey to open the doors, otherwise we'll be stuck in here. Please, there's no need to fight over me. But carry on. Keep telling me how important I am. Can you get all the children there, once I've got the fix from Leet? Why are you ahead of you? I knew this thing would come in handy, eventually. Ach, that's the finger, den er ihr mal gegeben hat. Arana, good luck. You too, both of you. See you at the city walls. Vs. Hey, Foster. I've been thinking about Joey. I mean, the other one. Maybe he never laughed. Er war in den Dessert, vor Jahren. Ich bin nicht überzeugt. Ich würde nie... Hey, Foster. Kann ich dir eine Frage stellen? Shoot. Wenn du Joey macht... Der andere. Hast du etwas... Ich weiß, ich muss sagen... All das... Die Arbeit der Menschen... Meaning? Just sagen. Saying was? The... Hey, look, Foster. It's your pal. Mentor Alonso. Ich hab doch gedacht... Gesagt, den kann man nicht trauen. Grunde. You again. Oh, jetzt sind wir hier gelandet. Ach ja, wir wollten ja... Ähm... Zu denen hin. No, warte mal. Stimmt, der muss ja... Jimmy? Ach, alles klar. Don't shoot! Woah! Don't worry, drop one of these. Or we all go off in flames. Oh, come on. It can't be that vault. Oh, shit. Going somewhere? Anywhere but here. Not safe no more. Councils onto me. This place was crawling with their goons earlier. Where did they go? Beat me. I'm no hanging around to find out. I'm off. Good luck. I guess. You too, Pedro. Now shift. Na gut, der ist kein Verlust, der Typ. Ich hoffe, Lead ist noch da. Lead? Lead! Lead! Oh, shit, der ist schon abgehauen, oder? Ew. Oh, no. Es war Lied, all right. Scheiße. Er war noch warm. At that moment, ein terrible thought struck me. Poppy? Poppy, are you here? Oh, scheiße. Der hätte uns da helfen können. The men came, so I hid. What did the men look like? The ones in black that took me before. The ones with no faces. Listen, Poppy. I've got something I need to do. Can you find your way to the monopod? I... I think so. Brave girl. I'll meet you there. Whatever Lied's plan for Poppy had been, it had to involve Minos. I was going to have to go in there myself. Lied was dead. But his Kudos plans for Poppy still made sense. So, wo war der Stuhl nochmal? Weil er hat ja gesagt, ich muss da nochmal rein in das System. Oh, hier. �� es ist das Zuhl auch. wirst du der steuerrad um den weg zur kuh dass du frage ob ich da überhaupt jetzt mal rein musste ich glaube schon die hat einen plan sprich mit mit seinem avatar so wirst du kommand begin recording well the systems just told me my body is in cardiac arrest so i guess was security caught up with me come on upload recording async if you're here in this message then i dead which personally sucks so you need to step up whoever you are so listen carefully there's a girl called poppy she's hiding at my place unfortunately her kudos is too low to travel so you need to get her out of the city oh and uh delete my hard drives eh leet was dead but his kudos plan made sense and i knew if i could get poppy out then i could use the same trick for all the kids so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Ich da jetzt ein Plus rein machen Ah ok, ich muss das erst entfernen So entfernen wir auch jetzt könnten wir theoretisch was macht denn sinn was denn die höchste zahl die war das geht aber nicht das mal drei das ist ja auch ein kind genau plus gleich Nimm mal 2. Der kann eigentlich Minus vertragen, ne? Der Kudus hat 2 Kudus-Levels deducted. Nimm mal plus 0. Der Kudus hat 1 Kudus-Levels deducted. Nimm mal 1 Kudus-Levels. Nimm mal 1 Kudus-Levels. Nimm mal 1 Kudus-Levels. Nimm mal 1 Kudus-Levels. Nimm mal two 3 Kudus-Levels. Nimm mal 2 Kudus. Nimm's mal 4 Kudus-Levels deducted. So. Geteilt durch 0. Okay. Alles klar. Wird das hier mal weg? Wollen wir denn das Geteiltzeichen? Ah, hier. Okay. Die Kategorie wurde zerstört durch 0. Infinity. Sie hatten infiniten Kudos. Wenn ich richtig bin, die Kinder könnten jetzt zu gehen nach den Städten. Aber das reale Unbekannt wurde. Wie reagieren die Bürger? Die Bürger der Baseline hatte jetzt infiniten Kudos. Die Kinder könnten jetzt die Monorail benutzen. Ja, so fix ging das. So, was erwarten wir? So, was erwarten wir? So, was erwarten wir? Okay Joey, should be a straight shot back to the city. What is it, Foster? It's those same androids. Exactly like the ones that took Milo. They're here. We've got to find a way past them. I hope Poppy hadn't been caught. Oh my God. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was wir da machen. Dreh den Hahn, jetzt musst du nur noch einen Weg finden, den Inhalt anzuzünden. Hm. Was hast du dafür gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du brauchst etwas oder jemanden, der das Schwarz-Gefrand anzügen kann. Vielleicht kann das ja Joey machen, aber lesen wir mal weiter. Das Gehäuse der alten Schock in den Leeds versteckt, verfügt bei einem Elektroschocker, der Funken sprüht. Okay. Das haben wir schon fast gedacht. Geh zum Ruinengehäuse in den Leeds versteckt und wähle Joey's Platine übertragen aus. Okay. Das ist doch mal ein Plan. Okay Joey, I think it's time for an upgrade. About time? What did you have in mind? This? It's robust. It's robust. Bust. Exactly. It has rust. On it's rust. Ja, wir ölen dich dann wieder ein und was geht das? At least give it a try. Okay. But be careful with my board. Don't worry, I'll be gentle. If I don't survive, tell Greta I love you. Zimperlich war er nicht gerade beim rausziehen mit seinem Board. You in there, Joey? Oh, Foster. I feel strong. I knew you'd like the feel of it. It would take more than some bunting to bring down Joey Prime. And look, I've got this cool arm. Careful with the... Whoa, that's my bad. Let's go. Come on, let's move it. Out of here. Sure thing, right behind you, Rob. Yep, I'm with you. Okay, we go. And watch where you're pointing that thing. Wow, Foster. Finally, some heavy machinery. Joey? Joey. Joey. It's been a long time since anyone called me that. What are you talking about? I go by Joey Prime. Now, Foster. That's not gonna happen. Joey Prime. Well, it was worth a shot. Joey Prime. Joey. Joey. Can you set fire to the Moonshine? With my new arm, it shall be done. Stand back, Foster. Human skin isn't as tough as steel. The trail of Moonshine lit up like spilled gasoline. Come on, Joey. We need to get out of here. I'm liking this new shell already. That's Chloe. Now we have to look after. Here we go. Wow. That cannot be safe to drink. I'll say. Wait, Foster. I hear something. There. The locker. Poppy. The faceless men came back, so I hid in here. You did great, kid. They're gone for now. Let's go. Before they come back. When people realize they've all got the same Kudos levels, it's going to get interesting. Not sure I want to be there when that happens, Joey. Foster? Where are the kids? Where's Milo? Don't worry. They're all here. Whatever you did, it worked. And who is this wonderful little creature? My name's Poppy. Poppy. Graham, rescue. Captain Hidden up in the industrial level. It's okay, my darling. Come with me. I have some friends that I think you'd like to meet. Bye, Joey. Just go. It's too much. So how did you do it? With a little help from Leet. He had it all figured out. He had found a way to increase someone's Kudos levels inside Minos. But the Council's androids found him first. They killed him? Yes. But I managed to finish what he started. Well, you're not finished yet. Come with me. Joey, I need you to stay on guard here. Anything looks unfriendly, zap it. Great. I've been dying to test this thing for real. Kids are all inside. It's a bit cramped. But it'll do. I recognize this truck. Oh, god. And a stinker, Carol. With the Böschen in there. He 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 he. Special delivery. Next stop, the Gap. Wendell? I thought I smelled something familiar. I hope you mean the age to perfection, Mini K's. Where's Milo? Milo? Milo's riding up front. Ah, yes. With the vegetarians. Forster! Oh, god. Milo. 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 I knew you'd come for me. How are you feeling? A bit dizzy. Horrible things. Whirling around my head. Strange memories. I thought they were good. But now I think. They were bad. Don't worry. They'll pass in a day or two. You're going to be fine. Am I going home now? You are, Milo. Home to your parents. Your family. Now, you go with the nice people. I'll be right behind you. Ladies, we're just about strapped up. Let's get those gates open and I'll hit the gas. Foster, any idea how to get these gates open? Whatever I did in Minos must have put the city into lockdown. I'll find a way to override the controls. Oh, okay. But don't take your time. The doors open, so that the children... ...hece the exit and drive with him. I'll go over the door. Okay. Let's do that. Oh, maybe it will come again. All right. Let's do that. All right. Let's do that. I guess I'm pretty. Let's do that. Oh, yeah. I can do that. Das ist immer eine geile Ansicht. So eine Treppe runter bis wir, so geht das auch einfacher, dann müssen wir auf die Tipps nicht warten. Mal einen nach dem anderen machen. Das nehmen wir uns mal als Thumbnail. Du kannst nicht in den Kontrollen als Suche nahe, wie du siehst. Die Alonso Abzug, betrachtet die Sache nochmal durch den Scan Modus. Alonso hadn't seen me yet, which was probably a good thing. Da können wir nichts machen. Okay. 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 Nowhere EchoesonkZone,Beschleiter,E2,0,ze1 oderNem oder. Verschiebe rot in den Fensterladen, Alarm senden und bewege manueller Betrieb in das untere Feld. Rot in den Fenster, Alarm, warte mal. Verschiebe rot in den Fensterladen, Alarm senden. So, manueller Betrieb ist richtig. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich ja nichts machen, ne? Ne? Das sagt man ja irgendwie nicht. So, warte mal. Finde mit den Hackern eine Position, Windmesser und Waffensteuerung, gleichzeitig erreicht. Rot in den Fenster, senden und bewege. Okay, also Waffen. Waffen finde ich hier noch gar nicht. Das ist, äh, Windmesser, Sturmfensterläden. Aber wo ist denn Waffen? Geht immer nur... genau. Entschuldigung. Oh... Ich gehe nicht. Okay. Geht immer nur... Du bist fokussisch. Du bist fokussisch. Jig total. Du bist fokussisch. Du bist fokussisch. Ich habe nicht. Ja, vielleicht können wir das ja auch, ist ja auch von hier aus die Möglichkeit, ist der Windmesser. Wir können ja mal hier langlaufen, mal schauen, was wir da finden. Gar nichts. Und da soll mal wieder einer verstehen. Das ist der Windmesser. Finde den Hacker von dem aus Windmesser und Waffenstollen gleichzeitig. Also, verschiebe Rot in Fensterladenalarm senden und bewege manueller Betrieb in das unterste Feld. Okay, das haben wir doch gemacht. Manuell ist in das unterste. Genau, Rot ist denn das oberste. Genau. Das ist so, wie wir es machen sollten. Waffensteuerung, da ist die Waffensteuerung. Ah, alles klar. Alles klar. Wir machen es mal so. So hatten wir es noch gar nicht. Sehr gut. Ja, da war er so schlau und zum Schluss lässt er sich da so erwischen. Ja, das ist mir schon fast gedacht, ja. Die war ja so häufig. Ah, das war ja so. Ja, das war schon. Ich weiß nicht, ob es falsch geht. Wer ich immer finde, nur um die Körner zu finden? Du. Wer bist du. Ich kann dir eine Frage stellen. Was sieht man, wenn du auf Union City schauen? Auf einer Seite, ich sehe eine Utopie. Es gibt viel zu essen, viel zu machen. Und die Leute sind glücklich. Ich bin glücklich, dass du das so gesehen hast. Ja. Aber auf der anderen Seite, eine Stadt, die Kinder aus ihren Völkern zu experimentieren. Die absolute Kontrolle von allen anderen Gedanken. In pursuit von einem Glück definiert von der Council. Ich erzähle dir, was ich sehe. Ich sehe... Perfektion. Perfektion? Komm schon. Diese Stadt funktioniert. Diese Stadt bietet. Jeder ist fed. Jeder ist beschäftigt. Jeder ist beschäftigt. Jeder ist entschuldigt. Und jeder hat eine Chance für dich glücklich. Aber bei welchem Kosten? Alles, was die Stadt bietet, ist, dass wir ein paar einfache Regeln folgen folgen folgen. Die Regeln folgen folgen, und du wachst. Die Regeln folgen, und du wachst. Die Regeln folgen, und du wachst. Du, Herr, bist ein Regeln. Und das ist warum, auf der Seite dieser Stadt, für die ich sehr sehr interessiere. Sehr gut. Das haben wir schon fast gedacht. Das ist aber bei mir so aus, als hätte ich das überlebt. Ich kam hier, um sicherzustellen, dass du okay bist. Niemand hat sich zu retten. Niemand hat sich zu retten. Aber... Joey, danke dir. Ich... Ja, ja. Können wir die Danken, bis nachdem du die Garten öffnest? Ich bin auf. Du sagst Wendel, dass du den Truck startest. Okay, prima prima Ballerina. Gucken wir uns die Tipps nochmal an. Sieht die Konsolen genauer an, um zu erkennen, dass die Landzugtore noch funktionieren, auch wenn die Haupttore abgeriegelt sind. Das machen wir doch mal. Warten wir mal auf den nächsten Tipp. Aktiviere den Hacker und finde eine Position von der aus Landzugtüren und Signalsystem Gleitzeichen Reichweite sind. Landzug und Haupttore. Okay. 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 Schiebe rot in den Fenster. Laden, Alarm, sende und bewege man oder er in das untere Feld. Windmessersystems. Okay. 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 The doors for the land trains were receiving orders just fine. The screen showed that the main gates were in lockdown. There was clearly some sort of pressure pad or proximity sensor to detect the land trains. The land trains were recalled by satellite. There had to be a dish somewhere near by. Landzugtüren. Tauschen die Maus. The screen showed that the main gates were in lockdown. Das gibt nur die Landzugtüren. Das Signalsystem. Wenn ich das aber so mache, haut das nicht hin. Okay, so. Okay. Dann müssen wir wieder nach draußen. Das ist ja auch schön. Hier werden Hacker und Finner eine Position davon aus. Satellitenschüssel und Toaster gleichzeitig in Reichweite sind. Das ist ja auch schön. Elevent Messer. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön. So. Wind Messer. Ah ne. Die muss ich dann hier ran packen. So. Landzüge. Blablabla. Aktivieren der Hacker und Finner von der aus Satellitenschüssel und Toaster. Die Landzüge werden durch eine Anweisung. Du musst wieder nach draußen und die Fensterlehne erneut zu hacken, damit sie geöffnet sind. Dadurch erhältst du Zugang zur Satellitenschüssel und sie zu hacken. Okay. Okay. Wo war das denn so? Natürlich nichts. Manuela Vertrieb. Die grünen hier mal rein. Da tut sich auch nichts. Okay. Dann können wir ja nur manuell nach oben. Okay. 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 Sturm. Es lasse ich wirklich nur in der Stadt die Regeln austauschen, also die beiden hier. So, und die habe ich ja schon ausgetauscht mit grün und rot, ne? So. Passiert nichts. Jetzt kann ich die nochmal nach unten packen und die nach oben anwenden. Passiert auch nichts. So, dann kann ich ja nochmal hier den grünen austauschen. Geht auch nicht. Dann kann ich nochmal sagen, okay, manueller Betrieb nach unten. Der nach oben. Auch nichts. Okay. Dann müssen wir nochmal nach einer Lösung im Netz suchen. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Untertitelung. BR 2018 Hmm, 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 hmm. The summit in the... So. So. Das müsste eigentlich richtig sein, so wie es jetzt ist. Grün, manuell. Gucken wir nochmal. Manuell, rot. Ja. Ist so weiter in Ordnung. Gehen wir mal ran. Satellitenschlüssel erreichen wir jetzt. Ist okay. Kann ich die austauschen? Ne, ne? Ne. Okay. Können wir die hier mal austauschen. Was habe ich gemacht? Okay. Jetzt sagt der Hinweis. Aktivieren der Hacker und finde eine Position. Satellitenschlüsseltoaster. Gleichzeitig in Reichweite sind. Vertausche die Logikblöcke an Landzuglocke übermitteln. Und der Hitzen drücke jetzt den Hebel des Toasters. Ah. Manchmal ist das merkwürdig, ne? Mal macht er das so. Und manchmal musst du dann nochmal extra irgendwas aktivieren. Irgendwas. Ist auch seltsam. Ja. Wendel, auf geht's! Wendel, bantieren, geht's. Wendel, bantieren. Das könnte aussehen auch noch mal. Wendel, bantieren. Ja, Wendel, bantieren. Wendel! No! Wendel, stop! Joey, die Schäuze! Ah, hell! Look after Foster, Quartier, will you? Joey, was are you doing? Go, Wendel, go! They made it. Thanks to Joey, they got away. So you didn't take a ride with Wendel? This is my city. I wasn't going to abandon it. I'm glad you stayed. I am so sorry, Robert. I know how much Joey meant to you. Joey was my best friend. But now, he's gone. He did his bit, Foster. Now we need to do ours. What will you do? If we don't bring down the council, this won't stop. We need to confront them head on. That infinite kudos that you hacked should take us straight to the Citadel. Good luck, my darlings. I know that you can do it. You must. Thanks, Danielle. Let's go. Well, I don't know if that's now the last act is, but it's pretty cool. Have you ever been up here before? The Citadel is off limits, unless your council. A lot of unhappy people down there. How do you think the council will deal with them? I think they'll come down hard. I agree. Which is why we have to do this and fast. You got a plan? Nope. You? Nope. The place will be crawling with security. Alter, ey, da würde ich mir ja spinnig werden, wenn ich da hochfahren würde. That's the sea. I've never seen it before. Okay, then, well, in the absence of any other plan, I'll go left, you go right. Sounds good. Ready? Ready. There's no one here. Will ich mir vorstellen, dass sie uns hier so alleine lassen? Okay. Was ist das? Was ist das? Das ist hier ein alter Roboter hier. Was macht der denn da oben? Wer weiß wie er das so fast da ist. Und was ein Freude es ist zu treffen, einen von deinen liebsten Officers, Arana Newblood. Well, come along now. It's perfectly safe. More than happy to answer any questions you have, please. Welcome. Welcome. I trust you have been well looked after since you arrived here. I'm not here to talk. I'm here to set things right. To end your corrupt regime. Corrupt? Whatever can you mean? What you've done to this city is unforgivable. Whatever do you mean? The citizens have everything they could ever want. Every facility, every utility functions perfectly. There are no wars, no crime. There is only safety. The citizens are calm, relaxed, content. And all share the same beautiful aspiration. To have more of everything. Bravo, by the way. Happiness has just jumped to an historic high. The directive has almost been achieved. Happiness? What are you talking about? Happiness is the directive. Directive? What do you mean? We must deliver the... Di-directive. Yes, they'll... Deliver. So, sit down or hold on the... Wait, what's going on? Directive. You're Joey. You're all Joey. But of course, Foster. We are Joey. And Joey is us. Joey? What are you doing here? Hello, Foster. I wondered how long it would be before you made it up here. I was so pleased when I learned that you had come back to see me. After so many years. What do you think of my city? It's come a long way since you plugged me into the chair. The chair? Yes. I've just come from the Overman chair. Where you left me. Ten years ago. But Joey. What have you done? Done? I've been running Union City. Just like you wanted me to. No. Joey, I mean... This directive. How did it end in this? I gave the citizens everything they asked for. Everything that makes humans happy. But they weren't happy. Some were happy most of the time. But I couldn't get them all to be happy all of the time. I thought maybe they would be happier if humans ran everything. So I created my ministers. But Joey. You've been kidnapping children. You're not the friend I left all those years ago in the Overman chair. You've changed. Only humans change, Foster. You say that I was your friend. But you never came back once. My home is in the gap. So was mine once. We were best friends. Then you abandoned me. You changed. But I can change you back. You leave me with no logical alternative. I will make you my friend again. Joey, no. This is wrong. Foster, this is not looking good. Don't worry, Foster. Reflections is the answer. You just need to finish the treatment. Everything will be good. Everyone will be happy. Get down! No, I'm good. Stalker, okay. Jetzt müssen wir die nochmal... Alter, das ist aber echt heftig. Lokalisieren. Bewegung, Geschützziele. Mal so versuchen. Mal so versuchen. Ah, sehr gut. Arana, I think this building might be right on top of where the Overman chair used to be. Do it. Are you gonna be... Just go! I barely escaped from Joey with my life. Hard to believe he'd once been my best friend. I knew that Arana's life was still on the line, and right now, I was her only hope. It was time to put an end to what I'd created. And fast. I couldn't let Joey catch up. I was running out of time. Okay, dann müssen wir mal gucken, was müssen wir denn jetzt machen? Na, erstmal guckt er. So, Hinweise. Jetzt setz dich schon hin, okay. Okay. Oh, ob das so gut ausgeht. Jetzt sind wir da wieder. Jetzt sind wir da wieder. Sie können mich in meinem eigenen Gehirn schlafen? Joey, das ist der einzige Weg, dass ich diese Schmerzen kann. Schmerzen? Foster, nur Menschen sind von Schmerzen. Hier finden Sie nur die Logik. Und die Direktive. Dreh jede Scheibe der Würfel, bis das Wahrheitsbild vorne in der Mitte ist, damit Joey gezwungen ist, es anzusehen. Hm. Dreh jede Scheibe der Würfel, bis das Wahrheitsbild vorne in der Mitte ist. Okay. Wahrheitsbild, das wird ja interessant. Wenn du eine Scheibe drehst, drehen sich vielleicht andere Scheiben mit. Und manchmal um mehr als 90 Grad die beste Strategie ist, mit den Scheiben anzufangen, die den Großteil des Würfels beeinflussen. Das heißt, wir müssen die Schmerzen beherrschenzen. Und 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 wir müssen die Schmerzen beherrschenzen. Wir müssen die Schmerzen beherrschenzen. Und wir müssen die Schmerzen beherrschenzen. Und wir müssen die Schmerzen, nicht die Schmerzen. Die zwei können in diesem Spiel spielen. Wenn sie die Wahrheit verletzen würden, dann würde ich nur noch mal wiederholen. Joey, look, if the citizens knew the cruelty you were inflicting on those children, in order to find ever more effective ways to control every aspect of their own lives, they would be appalled, very unhappy. I'm always curious if the next one is the one. What are you doing? You have destroyed my ability to make humans happy, despite themselves. But now, you can't question the necessity for a minister of aspiration. The success of plenty and comfort led to people becoming complacent. They lacked ambition, which made them unhappy. But now, my kudos system makes people aspire to be ever more successful. They strive to reach their maximum potential. Their desire to go down in the world provides clear goals for self-fulfillment. You have witnessed Aspiration Day. The celebration of aspiration and raw ambition. But your system is destructive. This is the truth. The truth is that you set people against each other. Winners can only win when they have losers to look down on. No, anyone who strives can succeed. Everyone can be a winner. Yeah. Ah, the verdrehts schon wieder alles. GASI 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 You have created an unobtainable perfection. People now just compare themselves with others, so are never satisfied with their own real achievements. The aspiration without achievement is contrary to the directive. Unreservable perfect. You must stop this posture. You must not destroy everything that I built. How can you fault me for inspiring the citizens? I made them safe. Secure. Minister of safety. There is no logic that can possibly challenge my ministry. For without safety, without freedom from fear, what use are comfort and prosperity? Safety and happiness go inextricably together, and there is nowhere safer than inside these walls. There is no war here. No crime. No violence. The citizens do live in fear. Fear of the unknown. This is the truth. You ensure that they can never leave the city. But they are safe in here. Protected by these walls. There are even three walls. There are even three walls. er wird dreht er meine gesamten würfel dann ja muss ich jetzt genau den das passt nicht Aber der ist jetzt gerade, der müsste ja eigentlich hergedreht werden hier, ne? Wenn ich jetzt den drehe, klappt das wieder nicht. Jetzt denke ich natürlich, ich muss den drehen, aber das haut nicht hin. Der linke dreht immer alles, der rechte. Der rechte. Ich denke, ich auch. Ja, zwei an Krampf. Du kannst nicht sagen, dass sie Sicherheit ist. Sie sicher machen... Ich... ...ein... ...ein... ...züge... ...Paratos! So, du musst noch zwei übersehen. Wir sind jetzt ein viergeteilter Würfel. Die Droids cook, clean, maintain, manage, everything for the citizens. Das ist richtig, sie tun. Das ist die Wahrheit. Aber das hat eure Mitglieder zu werden apathetisch. Lethargisch. Die Mitglieder sind decadent. Pohle results prove that they want to live in total luxury all of the time. Ich我也. Ich��en wie es. gar nicht so einfach das hat mir auch schon mal immer mal das hier so 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 Die mehr Sie für die Bürgerinnen, die mehr Enteignung fühlen, um zu machen, um sich selbst zu machen. In der Enteignung der ganzen Agenheit und der Verantwortung, sie haben sich mehr als Päts als Menschen geworden. gar nicht schlecht argumentativ zerstören ist der allerletzte noch da wie Wie kann es da möglicherweise ein Fehler in dieser Logik sein? Siehst du? Die Bürger bekommen alles, was sie können, und mehr. Auf ihrem eigenen Kudos-Level. Und unsere Freunde benötigen. Unsere Betriebe machte sie rich. Das ist das, was Sie sagen, die Bürger. Aber es ist eine LIE. Um dieses LIE zu konsumieren, haben Sie Ihren so-calleden Alli, Asiocity, leaving its people impoverished. Deine Ministerie, wie die anderen, muss gehen. Aber die Bürger? Wie werden sie überleben? Die Bürger müssen lernen, wie sie wollen, sondern wie sie wollen. Sie denken, dass die Bürger glücklich sein würden, wenn sie die Kosten der Plenty? Nicht glücklich? Mit Plenty? Das ganze System bricht gerade zusammen. Die Bürger kam von dir. Was? Nichts? Es war das letzte Kommen, die du mir gegeben hast, bevor du mich selbst verlassenst, um die Stadt zu gehen. Nein, Joey. Ich habe keine Kommen. Ja, du hast. Bevor du mich verlassenst, du kamst zu mir in der Tür eine letzte Mal. Du sagst mir, dass ich einen guten Job zu gehen, um die Stadt zu gehen. Du sagst, dass du mich stolz warst. Und ich fragte dich, Foster, wie ich weiß, ob ich das richtig mache? Und du sagst, dass die Bürger glücklich sind. Und das ist das, was ich seitdem zu tun habe. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich habe perfekt recall, nicht wahr? Aber, Joey, das war nicht ein Direktiv. Wir waren Freunde. Ich versuchte so hart, Foster. So sehr, sehr hart, um die Menschen zu glücklich zu machen. Wie du willst. Aber ich verabschied habe, nicht ich? Ich glaube, wie du gesagt hast, es einfach zu schwer ist. Joey. Entschuldigung. Ich sollte mich bleiben. Ich will nicht mehr sein. Ist meine Direktivung vorbei? Ja, Joey. Ihre Direktivung ist vorbei. Sind wir wieder zusammen? Ja, Mann. Wir sind wieder zusammen. All I wanted was to make people happy. Sogar noch ein trauriges Ende genommen. Just wanted to make everyone happy. Just wanted to make Foster happy. Oh, ja, ja, ja. Du hast es gemacht. Wir haben es gemacht. Keine mehr Anführung. Keine mehr Joey. Es dauert eine Zeit, für die Leute zu tun. Sie werden. Eventuell. Und ich kann? Schluss mit Happy Ender. Aber trotzdem traurig. bull. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ich zurückkehre, gibt es keine Statue. Wenn? Wenn? Sehr geil. Wir haben es geschafft. Joey, der Saviour, ist weg. Aber zumindest hatte ich ein Memento von meinem alten Freund. Ein kleiner Joey. Schönes Ende auf jeden Fall. Ich finde, die können das heutzutage so gut, so richtig Hollywood-reif. Ich habe mir gedacht, Foster. Ja? Das Bait, den wir benutzen hatten, habe ich etwas viel besser bekommen. Du hast? Der Fisch wird es schlafen. Das klingt gut. Ich werde mir sagen, was es ist. Du wirst es nicht, Mami. Ich versuchte mich. Habt ihr noch von vielen K. gehört? Diese Kakadus, die fand ich auch recht übel, muss ich sagen. Die fand ich echt nicht toll. Ja, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, war ein geiles Game. Hat Spaß gemacht. Ich war zwar nicht der Profi im Rätseln, aber auf jeden Fall haben wir es gepackt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es endlich durch ist. Ja, und wenn noch einige Games auf uns zukommen, die wir noch zocken werden, die vielleicht auch ein bisschen leichter zu kommentieren sind. Teilweise habe ich ja nicht sehr viel gesagt. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall.